Alle 20, 24 Spieler sind meine Söhne und Polko ist einer davon und ich erwarte von ihm genau das, was Hertha nicht hat. Nur mit Reza und mit Dardai. Letzter Pass. Der letzte Pass, dass jemand die Ball reinschieben soll. Und wenn du nicht Ribery oder Robben holen kannst, dass pro Jahr 30 Tor vorbereitet oder beteiligt sind, dann musst du zwei guter holen und dann hast du wahrscheinlich von den beiden über 20, 25, ja, beide zusammen 15, 15 Scorer-Punkter. Dann sind wir zufrieden und dann können wir etwas bewegen. Das muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen einordnen oder ein bisschen trennen. Klar, dass es ein schönes Thema ist, dass die Söhne alle hier sind. Polko haben wir lange auf dem Zettel und der Kontakt ist ehrlicherweise auch nie abgerissen. Er kommt hier aus der Jugend, ist hier Deutscher Meister 2018 geworden und hat dann gerade in der Zeit, die er jetzt in Ungarn hatte, vor allen Dingen durch die Variabilität, die er mitbringt, natürlich das Thema Torvorbereitung wirklich auf sich aufmerksam gemacht und dass wir ihn lange auf dem Zettel hatten. Unabhängig davon, was wir von ihm erwarten, natürlich, dass er genau das einbringt. Variabilität auf dem Flügel oder natürlich auch Torgefahr, Assists, also das ist die Erwartungshaltung und freuen wir uns draus, dass es gelungen ist, ihn hier zu uns zurückzuholen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.